Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored, die Maske des Zorns. Weiter geht's, Soundcheck. So, ich will jetzt hier rüber, mal wieder. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Machen Sie Blindschleiche, jetzt zählen Sie doch mal. Nun werde ich mich erstmal zurückziehen und überlegen, wie wir in das Wachhaus kommen. Ich brauche etwas Ruhe. Also, die ist zu. Ja. Wachen, zu mir! Halt ihn im Auge! Das war's! Aus der Schusslinie! Nimm das! Feuer! Hör! So, dann brauche ich mal Feuer. Ja, Brände! Hier bin ich erstmal alle abgeschnetzelt. Leuchtturmschlüssel? Da liegt was! Oh, bis Geld kann ich schaden. Ich muss irgendwie da rüber. Nö, das ist ein 2. Soll ich uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ja, natürlich. Ich weiß das schon. Früher! Hinter ihm! Friss meinen Stahl! Voller! Ja, selber! Oh, mal ein bisschen Kugeln! Ja! Oh! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Mannschaft. Hierher! Irgendwer! Ich weiß, dass du hier bist. Aha! Aus der Schusslinie! Da ist ja noch einer! Da bist du ja! Wo geht's hier eigentlich hin? Er ist einfach verschwunden! Falscher! Attentäter! Und zinge dich! Wir wissen, dass du hier bist! Wir wissen, dass du hier bist! Vorwerfen! Zinne die weg! Äh, das sind viele! Ja! 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 Ich war ein bisschen zu rabiat! Unterwegs! Ein bisschen zu rabiat! Vor allem, wo kommen die auf einmal alle her? Die waren doch vorher nicht da! Ja! Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen! Ich finde dich schon auch! Da bist du ja! Wachen! Zu mir! Feuer! Ja! Habe ich mir eigentlich die Kugeln geholt? Vielleicht den Schlüssel! Nein! Habe ich nicht! Ja! 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 Hm, wie komme ich jetzt weiter? Hier lang! Ja! Ja! Huh? Attentäter, umzüge ihn! Ich weiß nicht. Verzünde ihn! Eine Woche bis die Verdehnte enthütet. Wachen! Zu mir! Oh, hier liegt Heilung. Oh, wenn du jetzt lang kommst, wirst du eine Erraschung bekommen. Oh, hier liegt Heilung. Renn besser weiter, wenn dir dein Leben... Umzingelt ihn! Komm her, ich will dich quitten. Ja, ich werde dich quitten. Höre! Glück gehabt! Falscher... Attentäter! Voll! Hm, die werden langsam ein bisschen viel. Atentäter! Ja! Ja! Ah! 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 Ja! 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 Ah! Ich werde dich den Hund... So. Haha. Mann, ich verbauche zu viel Heilung. Wesentlich zu viel. Das ist ein bisschen nervig. Hey, ich bin hier oben. Ist meine eigene Schuld. Und nun wird meine Cousine Silja alles erben. Das ist das Schlimmste. Die waren ein ehrbarer Hauptmann. Gestern ein wenig langsam, muss ich sagen, aber ehrbar. Ja, mein Herr. Tut mir leid, mein Herr. Das ist das Schlimmste. Dann schubst du dich halt runter. Ich bin im Leuchtturm. Ich habe aber leider kein Leben mehr. Ich gehe unten rum. Bauen wir mal ein bisschen das Auge. Ich will gucken, wo die lang gucken. Ich habe die falsche Seite für diesen Kampf gewählt. Wer ist denn schon auf der richtigen Seite? Aus meiner Sicht sieht das ziemlich einfach aus. Ich glaube, keiner weiß, was passiert ist. Wir sahen das kleine Mädchen. Die Kaiserin. Ich bin im Aufzug. Ich bin oben. Ich bin oben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hätte ich übersehen können Was ist hier? Warum sind hier eigentlich keine Zielzeiger? Und ich würde sagen, hier ist mein Cut und bis zum nächsten Part!